Oder da? Äh, ah ja. Zapp, zapp. Äh, tatsächlich haben wir noch Erde hier. Haben wir nicht irgendwas mit der Erde noch gemacht? Gesiebt oder irgend so'n Dreck? Ja. Das kommt dann. Da war doch was, ne? Da kommt das, dann kommt das. Dafür brauchen wir ja diese, diese, diese Fäden-Geschichte. Warum liegt hier ein Erdenblock? Wo? Okay. Hat man mal mitgenommen. Äh, das Ding hieß, äh, das Ding hieß siebe. Siebe. Und dafür brauchen wir, äh, Stöckers haben wir. Und dann das da, okay. Ähm, sieb, ähm, 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 was ist das? Ähm, wie, wie kann ich das da wieder zurücknehmen? Zack. So, dann. Das hat nicht geklappt. Hat auch nicht geklappt. Wieso klappt das jetzt nicht mehr? Oh. Okay. Was ist denn das hier? So, und dann, kann ich das jetzt machen? Ui, Kisten. Yes. So, ich hab, ich hab den ersten tatsächlich. Gott. So, da heißt das, da kann jetzt die Erde rein. Der Superhero und der Tobi, danke euch für eure Hosts und willkommen hier bei uns. Kein Baum fertig, hab, hast du mal ein bisschen Erde? Alles gerade verbraucht. Okay. Hier hinten, äh, ich hab noch einsetzen. Noch irgendwo wasch? Nee. So, Leo. Okay, man kann auch Zombiefleisch, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ne? Ich denke, Zombiefleisch ist eher fürs Essen wirklich wichtig, als dass wir das zur Erde verarbeiten, weil Erde kriegen wir ja vergleichsweise echt einfach durch, äh, die Setzlinge. Weißt du? Hast du gerade Knochenmehl angewendet, des Todes? Und damit geht's dann halt wirklich sehr einfach. Wir legen, wir leben im Dschungel. Hast du noch eine Kruge? Ich habe keine Kruge mehr. Ich habe ganz viele Bäume gemacht. Hm, hast ja eine gute Macht. Jupp. Haben wir so gemacht, Crusader. Wurde sofort so umgesetzt, dein Tipp mit dem Knochenmehl. Alle Bäume hier sind reif gewesen. Äh, Crew, kann ich mir auch eine Crew bauen? Moment mal. Bestimmt kannst du das. Ich bin schon wieder kaputt gegangen. Die halten aber auch gar nichts aus, ne? Ja, und du kannst aus den Knochen kannst du eine verbesserte Crew bauen. Ah ja, jetzt habe ich keine Knochen mehr. Ja, aber ist auch nicht notwendig. Dann bauen wir lieber halt drei, vier Stücke von denen auf einmal. Weißt du? Ja. Anstatt wir die guten Knochen dafür verschwenden. Was habe ich jetzt gemacht? Du hast mal Zeug aufgesammelt? Das kann durchaus möglich sein, ja. Aber wir machen halt ein Stück davon. Ähm, warst du irgendwo... Noch Erde stehen rum? No. Okay. So, alles klar. Alle Bäumchen sind kahl. Äh, machst du neue Setzlinge dahin? Jo. Okay. Äh, ich mach mal, guck mal, dass wir das hier da verarbeitet kriegen. Werner, weißt du was? Da steht, Werner rede mal einmal in Mundart. Mundart, was ist das? Weiß ich nicht. Dachte, vielleicht kannst du damit was anfangen, weil das hätte mich schon interessiert, was das ist. Weißt du es nicht? Ich hab ein Pumpkin-Seed. Noo. Wo können wir das anbauen? Können wir das einfach auf der Erde drinnen aufbauen? Klar. Ne, der musste bewässert werden, oder? Ich weiß es nicht. Und der... Ja, bitte. Äh, soll ich da mal was durchsieben jetzt? Äh, ja, wenn du Erde hast, kannst du da sieben. Ich... Äh... Guck mal kurz, ich bin gleich wieder da. Leo, wo ist der AfK? Noo. Gemutet. Gemutet? Ja, warte ich kurz. Okay. Bist du jetzt wieder da? Ja. Sehr gut. Was denn? Alles gut. Hast du irgendwas? Ich habe jetzt... Hast du was gesiebt? Acht kleine Steinchen. Was mach ich jetzt mit denen? Du kannst acht kleine Steinchen zu einem großen Steinchen vergehen. Wow, hat sich ja richtig gelohnt hier. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Weil das ist das, was wir jetzt machen müssen. Ähm... Um an den Ofen zu kommen wahrscheinlich, oder? Um an den Ofen zu kommen. Und irgendwie müssen wir Lava produzieren. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Äh, Dialekt soll das heißen. Achso, nee. Ähm... Acht ist zu wenig, glaube ich. Ich brauche neun, oder? Neun Steinchen. Ich mach mal hier in die Kiste sieben Steine rein. Da haben wir noch drei Erde. Äh, sechs Erde. Lass uns noch weiter sieben. Ja, klar. Lass knöcken. Ähm... Ein Steinhammer. Einen Steinhammer? Nee, nee, nee. Kein Steinhammer. Steinhammer ist Quatsch. Ähm... Nee, nee. Brauchst du nicht. Du kannst auch einen normalen Hammer bauen. Also Steinwerkzeuge am Anfang ist absoluter Quatsch zu machen. Bis du halt, äh... Die Lava-Farm. Die Cobblestone-Generator-Farm hast. Achso. Aber ich weiß halt nicht mehr genau, wie man Lava produziert hat. Das ist halt... Leider gerade nicht mehr in meinem Kuschel drin. Hast du noch Steinchen? Ähm, ich habe noch acht Steinchen. Ich lege sie wieder da rein. Gib mir Steinchen. Oh. Wo sind sie? Ah, hier. Müsst du spawnen und keine Gegner mehr? Ja, es ist nicht Nacht. Aber bei Regen sollten sie doch immer spawnen. Ist das so? Ja, ja. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln. Also einen Ofen brauchen wir auf jeden Fall erstmal. Fackeln werden wir brauchen. Also Ofen, check. Das sind die ersten acht Steine, die draufgehen. Genau. Dann brauchst du... Du brauchst ein Crucible. So heißt das Ding auf Englisch. Aber wie kann man das herstellen? Cruci, 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 Cruci... Crucifix. Crucibell. Leo? Yes. Hier ist der Ofen. Ja, stell es einfach irgendwo hin. Habe ich. Klee... Das heißt, wir können jetzt Holzkohle produzieren. Richtig geil. Richtig. Und damit können wir endlich Fackeln machen. So, wie war denn das? Oben, unten? Oh. Und dafür brauchen wir... War das so und so? Okay. Check. Weiß ich wieder. Oder war das so und so? Ich weiß das nicht. Du hast alles Knochenmehl verballert, ne? Ja. Hast du noch Steine? Äh... Zwei Bruchsteine habe ich noch. Ja. Also, äh... Ja. Stell sie mal auf den Boden, bitte. Oder mach sie irgendwo platzieren. Habe ich reingemacht in die Kiste hier. Okay, gut. Äh... Das ist ausgegangen. Okay, das heißt, es ist falsch. Muss ich das hier nochmal machen. Nee, nee. Du brauchst mir ja mehr Feuer dafür bloß. Nee, nee. Ich habe oben und unten die gleiche reingemacht. Aber ich muss oben, glaube ich, das Holz reinlegen. Und nicht die Bretter. Ich weiß nicht genau, was da hinkommt. Ja, alles gut. Habe ich schon. Irgend ein großes Holz kommt da hin. Du hast das reingelegt, hast du gesagt, ne? Ja. So, ich habe noch irgendwelche Samen gefunden. Äh... Sugar Can Seeds. So, no. Aha, es hat aufge... Was ist das? Ah nein, das war ja die Geschichte, ne? Ja. Wow. Dankeschön. So, ich brauche eine Crew. So, wir haben... Oh, wir haben Kohle. Wie lange geht der Stream noch, Werner? Äh, wie spät haben wir denn? 22. Maximal eine halbe Stunde. Ja. Dann haben wir morgen wieder kein, äh... Sapeg. Das ist richtig. So, jetzt ist aber jetzt die entscheidende Frage. Was denn? Aus was stelle ich jetzt dieses... Lehm her? Aus... Äh... Clay... Ja? Konnte ich das nicht einfach irgendwie... Gott. Hm. Nein. Nein, 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 nein. So, ah, ich will aus. Okay, haben wir noch irgendwie... Oha. Nee. Nee. Das heißt, ich muss jetzt wirklich arbeiten. Verdammt. Zack, zack, zack. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Okay, das läuft. Ah, nee. Was sieht da raus? Das ist wieder raus. Ich glaube... Ich glaube, es war das gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher, woraus man dieses scheiße Leben herstellt. Weiß ich auch nicht. Dort weiss ich auch nicht. Gucken wir mal an das. Na. Wir machen das folgendermaßen. Wir werden das einfach mit einem Stück ausprobieren. Der Kartoffel on TV. Danke dir für dein Follow. Nee, das funktioniert nämlich nicht. Genau. Was ist das hier? Das ist jetzt der Sand. Hä? Ich höre schon wieder irgendwas. Okay, das hat geklappt. Und die haben jetzt Clay. Kann ich nicht... Konnte ich das Clay nicht einfach so kaputt machen? Ach, nee. Das weiß ich nicht. Musst du nicht nochmal mit dem Hammer draufhauen? Glaube ja. Ach, da kommen wieder ganz viele. Das ist gut. Ich gehe sie töten. Gut, ich lege gerade was. Wer hat dich eingelassen? Du Bastard! Ohne Eintritt kommst du hin. Oh, ne Witz, ne? Was machen sie da? Verpestig. Oh, ist ja mächtig was los hier, ne? Geht du das Fleisch aufhängen? Hui! Ja. Mach' ich denn das? Moment mal. Das muss das sein. Ja, danke schön. Dankeschön. Muss ich gerade ein bisschen erholen, dann helfe ich dir wieder Leo. Ich habe jetzt gerade was kaputt gegangen. Ich habe kein Schwert mehr. Ah! Ich habe noch ein Schwert. Du hast das in den Kopf, Kollege. Oh, das ist ein Wizard. Ich glaube, die waren böse gewesen. Ich gehe mal gucken. Sir, sind sie böse? Sind sie? Oh, er sagt dir das auch. Er hat mich beworfen mit irgendwas Fläschchenartigem. Nein, ich bin doch vergiftet. Start geht nicht, du kleiner Basta. Jungs, Jungs, Jungs. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich bin gleich tot, ne? Er hat mich vergiftet. Er hat mich vergiftet. Ohne Witz, ne? Tot. Hilfe! Wir werden lieber einstärker. Ich habe noch ein Herz. Mach die verdammte Tür zu. Halbes Herz. Halbes Herz. Leo, du musst das klären jetzt hier. Das war gar kein Problem. Agathis. Dankeschön. Alter, hat es mich jetzt erwischt. Der Typ war gar nicht nett. Der sagt ja, diese Dinger waren nervig gewesen. Moment, lass mich kurz auf, 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 ne? Hast du Fleisch aufgehangen? Ja, ein bisschen, hier. Hast du noch einen, einen Krug? Ja. Einen Krug habe ich tatsächlich, äh, weiß ich nicht. Hm, so gut. Also alles ist so alles. Alter, das dauert ja ewig, bis ich wieder voll bin, ne? Haben wir noch ein fertiges Fleisch? Nee. Äpfel, ich brauche, muss unbedingt voll werden. Äh, keine Äpfel. Keine Äpfel. Oh, nee, du. Das, wir haben, ist gerade ganz schlecht. Kann man, könnte man nicht Autostack machen oder sowas, so, und so, Sachen automatisch. Autostack? Wo lebst du denn? Ich habe eine Potion of Healing. Ja, genau. Ja, ich hau, hau mit dir mal rein. Die ist in der, in der Kiste da drin, kannst du nehmen. Ah ja, Moment mal. Hallo, hi, na. Ich habe Geschenke. Hast du auch Geschenke? Wie macht ich denn das? Ich habe ja keine Ahnung. Trink. Okay. Batman ist da. Oh. Alter. Ach, der schlägt mich immer, der Bastard, ne? Ich habe Schwede nur ein Herz. Muss weg. Wow. Scheiße, witz Bogen schützen. Ohne Witz. Wir sind so tot. Mach die Tür zu. Komm, ich komme nicht mehr dazu. Hier ist zu. Sehr gut. Sehr geil. Ist das Quatsch halt ohne Witze. Wo ist mein Grabstein? Nein, Quatsch, Ananas-Krone. Alles cool. Alles cool. Ich kann es bloß halt nicht immer lesen, gerade wenn halt ein bisschen Action ist. Das ist sehr schwer, den Shit zu verfolgen. Der Besuch. Ja, komm, sie rein. Also hast du herausgefunden, wie man das jetzt hinkommt? Kann man den Puschen? Ja, ja. Du musst jetzt nur nach rechten Masse geduld halten. Okay. So, vielleicht. Ich habe nichts mehr zu aufhängen, Leo. Platzmäßig, dann mache ich was. Mach noch was, bitte. Jo. Überall hängt Fleisch wie in einem Metzgereibetrieb. Wie sieht es hier aus, ey. So, der Nächste, bitte. Komm, komm, sie rein. Nächster. Ich habe Spinn gefunden. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jaaa. Emessa.